Hallo, ich bin wieder mit Rechard von Go-Man-Boros-Gal, der fragt immer der Zeit für ein bisschen in die Horror, was weiß ich, heute spielen wir zusammen den GDZ Simulator, GDC Simulator, Hard, Normal, Easy, ich mach, das ist creepy, ich mach mal auf Easy, ich mach mal leicht anfangen. Squall wheel, move objects farer or closer to yourself, right mouse button, click on answer, left power grab an object. A. A. C. D. E. Wut? E. Wut? Wah, Wah, Wah. Was ist das? Was ist das? You died but scored 6 Correct and 24 incorrect Remain Retry Really? E G G G Jesus Ja Mach mich verrückcher Ok Easy What the fool 16 incorrect Was That's E C F A C D C D A C C A F C Ö B D F B A Hey What? Ich kapier die Spiel überhaupt nicht Das ist crazy, oder? Das ist doch mehr wie crazy Ich schmeisse alles um, ja Oh Oh Scheiße Ich bin seltsam, deswegen geschwiss Ich tippe Es ist es, es ist Es ist Ein verrücktes Spiel Ich probiere es nochmal, Leute Es ist jetzt so ein verrücktes Spiel A A A A E F F F F F F F F Schörner! Freunde, ich weiß nicht, was ich mache. Ich probiere es jetzt noch einmal. E. A. G. B. A. A. F. A. Ich lebe es noch. G. G. F. G. D. C. D. Ich lebe es wieder weg. Wahrscheinlich, man muss dann aufhören. Ein Spiel, wo kein Mensch kapiert. Aber ich wollte mir ja schon mal 24... Ja, geh fort her. Aber ich würde sagen, ne, das müsste jetzt lang, oder? Ihr könnt es ja gerne selber selber mal ausprobieren. Ich habe da absolut keinen Plan. Das checkt es ja überhaupt nicht hier. Es ist ja ein alter Troller hier, oder? Voll creepy. Das war auf jeden Fall ein GDZ oder GDZ-Simulator. Keine Ahnung, was das überhaupt bedeuten soll. Ich habe kein Plan. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten werdet auf dem Hosting-Kanal. Bewertet euch dieses Video. Schreibt es in die Kommentare. Und falls ihr noch kein Abo habt, einfach nur aufs Köpfchen drücken. Press that button für den Subscriber-Channel. Ansonsten, genießt ihrs Leben. Enjoy a life. Habt Spaß miteinander. Dann lasst euch nicht Frauen. Und immer schön aufpassen und immer schön lernen, oder so ähnlich. Ich weiß es nicht. Ich sag schon mal die Unzüge-Dig-Rotzeuge-Rosting. Das ist ja total planlos. Easy, easy, easy. Ciao.